Montagmorgen, es sind zahlreiche Pakete gekommen, zahlreiche ist gut, es sind ca. 30 Pakete. Und der Inhalt wollte sich auch gleich bemerkbar machen. Es ist die neue Bravo One-O-One Pumpe, die super robust wie ihr gerade gesehen habt. Sie ist unserer Meinung nach definitiv momentan die leichtgängigste Pumpe im Druckbereich. Also auch für alle, die ein bisschen Körner für das Paddeln sparen möchten, ist die top. Das ist der Grund, wieso wir nicht nur 10, 20, sondern hunderte von diesen Pumpenanlager genommen haben. Die glauben wir. Sie ist nicht nur die leichteste und kompakteste Action Pumpe im Markt, wir lassen sie auch bestücken mit diversen Adaptern, damit man auch zweckentfremden kann die Pumpe. Sie hat Serviceöffnung unten und oben und so meinung nach top. Den kleinen leichten Helfer gibt es bei uns im Shop zu kaufen, ab sofort.